Super, Aris. Tja, das weißt du ja eh, kannst du zwar protestieren, aber das hilft nichts bei der Sira. Magst lieber schwimmen, gell? Da ist Wasser im Ohr, es geht gar nicht Wasser im Ohr. Immer schwimmst du eine Runde, wird das eh gut, du stinkst. Wenn wir jetzt rausgehen und du stinkst, dann kommst du unter die Dusche, gell? Und das hat schon immer gehalten, das hat schon immer funktioniert, gell? Ja, Aris, jetzt hol ihn du, los, super, super, Aris, super, hein, schwimmst du wieder. Super, Aris, komm, gib dir Mühe, hinten, hinten, schwimm, 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 schwimm. Aris, warte, schau. Ich hab jetzt noch mehr geschlagen. Das Einzige, was ich mich noch brennen muss, ich hab jetzt nicht mal die... Nein! Super, Aris! Super, Aris! Hahaha! Super, gell? Super, gell? So ganz geht's noch nicht, aber ein bisschen kannst du dich schon wieder bewegen, gell? Ja, das hat schon so ein rauer bisschen... Aha! Ist das schön? Ja! Super, Aris! Super, Aris! Super, Aris! Natürlich, manchmal weniger, manchmal mehr, aber immer wieder, gell?